Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hello, what's poppin'? Ich hoffe es geht euch gut. Ich habe heute einiges mit euch vor, denn ihr wisst es, der letzte Teil des Novembers ist immer Black Friday, Black Week. Es gibt krasse Angebote und es lohnt sich in dieser Zeit ein bisschen genauer auf einige Produkte zu schauen oder ein bisschen genauer auf die eigene Wunschliste zu gucken. Und ich sehe mich dieses Jahr dafür da, um euch zu zeigen, wo gibt es gerade welche Rabatte und ihr könnt dann am Ende entscheiden, ob etwas vielleicht auf eurer Wunschliste schon mal war und ihr sagt, okay, 30, 40, 50% auf ein Produkt, was ich schon lange gerne getestet hätte, wäre etwas dann harte Zeiten, erfordern harte Maßnahmen. 30 bis 50% Rabatt ist natürlich eine Menge. Das ist kein gesponsortes Video, ich habe die Produkte aber von Purish zur Verfügung gestellt bekommen, denn, und das muss ich euch vorlesen, weil das kann ich mir nicht merken. Es gibt 30% auf alles von Nabla, 30% auf alles von Suva, 30% auf alles von Made by Mitchell, 30% auf die Allstars Palette von Be Perfect, 30% auf ausgewählte Produkte von LH, Laura Heilberger, Linda Heilberger, Cosmetics, 20% auf alles von BH Cosmetics, 30% auf alles von Mesauda und 50% auf alles von Browley. Ich habe hier mal ein paar Produkte, einige kenne ich schon, einige liebe ich und die kennt ihr auch schon, ein paar Sachen sind aber auch neu und das ist ganz spannend, finde ich, einfach zu schauen, welche Produkte sind denn vielleicht lustig, sie auszuprobieren und wenn man da ein bisschen Geld spannen kann, ist das natürlich super. Wir quatschen einfach, das wird ein ganz entspanntes Video, ich zeige euch die Produkte und wenn was dabei ist, dann könnt ihr euch die Produkte unten in der Infobox natürlich gerne einmal anschauen. So ein paar Produkte sind hier, wo ich mich mega drüber gefreut habe, weil ich die schon lange im Auge hatte, aber irgendwie, ich verliere sowas immer aus den Augen und wenn ich dann von Pure beispielsweise Produkte zugeschickt bekomme, sage, hey, das gibt es gerade, probier es doch gerne mal aus und wenn du willst, kannst du ein Video darüber machen, das ist ganz wichtig, das ist bei Pure schon mir nicht so, dass ich gezwungen bin, dieses Video zu machen, sondern wenn sie sagen, hey, probier es aus, wenn du Lust hast, mach ein Video, dann mache ich das, Freunde. Ich sehe noch ein bisschen knudderig aus, deswegen packen wir erstmal ein bisschen was ins Gesicht und da habe ich tatsache schon das erste Produkt und das kennt ihr schon, das war nämlich auch in meiner in meiner Pride Box mit Purish mit drin und das ist mein absoluter, absoluter liebster Primer. Achtung, die Diskussion hatte ich neulich in den Kommentaren, unabhängig von meinem mit Rival Lasmi, den gibt es ja nicht mehr. Das ist der Nabla Angel Aura Primer, der hinterlässt ein ganz besonderes Finish auf der Haut. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, es braucht einen Moment, bis es wirkt. Von der Konsistenz her ist es wie so ein Hyaluronsäureserum, sehr, sehr leicht, auf wässriger Basis, so fühlt es sich zumindest an und das hinterlässt einen ganz zarten Glow auf der Haut, der sehr reduziert ist, der sehr prall aussieht und ich weiß nicht, was sie da reingemacht haben, aber die Haut wirkt praller und ich habe ein ganzes Video dazu damals gemacht, ich verlinke euch das einmal hier in der Ecke, wenn ich dran denke. Das ist der erste oder einer der wenigen Primer, die ich kenne, wo das Make-up wirklich nachweislich durch mich nachgewiesen länger hält und das muss ich sagen, ist wirklich eine tolle Sache. Da sind fliegende Inhaltsstoffe mit drin und das ist mittlerweile meine vierte Flasche. Ihr habt sie in den Aufgebraucht-Videos auch immer gesehen. Ich liebe, liebe, liebe diesen Primer und der ist nicht so teuer, vor allem mit 30%. Also eine große Empfehlung von mir. Ja, was es gibt, da bin ich mal so ein bisschen auf eure Meinung gespannt, ist hier von Browly, so ein Soapbooster. Habe ich, glaube ich, noch nie probiert. Kommt einmal mit einem Spoolie und achso, das ist so ein Augenbrauen-Seifen-Ding. Hier steht drauf, den Pinsel nass machen, in die Seife gehen und durch die Augenbrauen gehen. Also, ich glaube, ich habe das schon mal aus der Drogerie probiert. Da mochte ich es jetzt nicht ganz so gerne, weil ich einfach so ein bisschen verwöhnt bin von dem Anastasia Beverly Hills Brow Freeze. Mittlerweile gibt es ja in der Drogerie auch ein paar gute Alternativen. Also da würde ich sagen, das ist, glaube ich, nicht so meins. Was man damit aber sicherlich gut machen kann und besser machen kann als mit dem Anastasia-Produkt, ist die Babyhärchen. Also, ich habe keine Babyhärchen, ich habe einfach hier nur so kleine Löckchen. Ich habe morgen Friseertämmen, Freunde. Die so ein bisschen runterbürsten oder durch den Bart, weiß ich nicht. Also, das mag ich nicht so. Vielleicht hat Browly hat aber noch ein anderes Produkt, was ich gerne gleich probieren möchte. Deswegen nehme ich mal mein Augenbrauen-Gel und das hält dann auch. Ja, und ich glaube, da seht ihr auch, dass es einfach nicht darum geht, dass ich euch alles toll rede und alles gut finde, auch wenn sie es mir zugeschickt haben. Augenbrauen sind drauf. Das fand ich aber ganz spannend. Das ist so ein Duo-Pen. Und normalerweise mache ich das mit meinen Augenbrauen so, dass ich sie erst ausfülle und dann so ein bisschen korrigiere. Deswegen machen wir das auch mal. Ich nehme tatsache immer noch am allermeisten dieses Ding hier von Jason Wu. Der Rest war doof, aber das ist ganz gut. Okay, Augenbrauen sind drauf und jetzt haben wir hier so ein Duo-Stick. Auf der einen Seite ist wie so ein Concealer und ein Highlighter. Und das finde ich ganz spannend. Damit gehe ich jetzt einfach mal hier unter die Braue und das macht das Ganze natürlich sehr einfach. Also einfach hier lang. Ja, krass. Und dann hast du gleich so ein schönes... Das ist cool. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch auf eure Liste gesetzt habt. Auf eure Wunschliste. Habt ihr überhaupt eine Wunschliste? Ich will auch unbedingt ein Video machen mit Produkten, die ein bisschen teurer sind. Ja, aus dem mittleren und High-End-Bereich. Aber die man sich vielleicht wünschen kann zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Weil wenn man, weiß nicht, dann wünscht man sich von seinem Bruder und seiner Schwester und seiner Mama irgendwie was zusammen. Und dann kann die Palette vielleicht auch mal 40 Euro kosten anstatt 10 Euro. Wisst ihr, was ich meine? Und um euch da die Produkte zu zeigen, die sich wirklich lohnen, wenn ihr darauf Lust habt, mache ich das natürlich gerne. Also dieses Under-Eye-Brow-Ding finde ich ganz gut. Oben gehe ich damit jetzt nicht lang. Ich will, glaube ich, erst heute mal die Augen machen. Und ich benutze dieses Ding jetzt hier mal als Lidschatten-Primer. Einfach, weil ich jetzt hier schon mit dabei bin. Und das den Eindruck macht, als könnte das damit sehr, sehr gut funktionieren. Der schmilzt gut an. Der ist aber nicht zu cremig, sondern hinterlässt ein sehr, sehr schönes Finish. So, dass ich da jetzt nicht unbedingt mit Puder lang gehen müsste. Ja, das, dafür finde ich es gar nicht schlecht. Weil es halt einfach, ihr kennt mich ja mittlerweile, ich bin nicht so ein Freund von stundenlang Produkt auftragen und so ordentlich arbeiten und so clean und es ist alles so easy und alles so leicht. Sondern ich will, dass es schnell geht. Ich will, dass es am Ende gut aussieht. Und dazwischen will ich nicht so viel mit dem Produkt zu tun haben. Wisst ihr, was ich meine? Und dafür ist das, glaube ich, gar nicht schlecht. Es hat eine schöne Farbe. Es hat eine gute Deckkraft, sodass es noch natürlich aussieht. Und jetzt ist die spannende Frage. Ich wünschte, ihr könntet mir parallel dazu antworten. Und zwar habe ich hier einmal die Carnival All Stars Palette. Da sind die beliebtesten Farben drin aus den vergangenen Paletten von Stacy Marie und Be Perfect. Eine sehr, sehr schöne Palette. Die ist für unterwegs sehr praktisch. Oder wenn ihr die Carnival Palette noch nicht hattet, dann ist das vielleicht eine Palette, um zu sagen, okay, ich will einfach mal die Texturen austesten. Und da sind ja im Prinzip alle Farben drin, die man braucht. Die großen Paletten, die sind, glaube ich, viermal so groß. Da ist einfach, da ist so viel drin, dass man die Hälfte davon nicht benutzt. Deswegen finde ich das gar nicht schlecht. Den Schimmerton finde ich persönlich sehr, 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 sehr spannend. Es gibt aber noch was anderes und die will ich euch erst mal zeigen, weil ich die Marke vorher so, abgesehen von dem Adventskalender, den ich mal von denen geschickt bekommen habe, noch nicht so kannte. Das ist LH Cosmetics und das ist eine sehr reduzierte Palette. Sehr simpel, sehr leicht. Gefällt mir wahnsinnig gut, weil die Farben, die sehen so aus, als hättest du so ein, wie so ein Filter raufgelegt, dass sie nicht so leuchten. Das finde ich für den Alltag Tatsache sehr, sehr spannend. Ich überlege aber, ob ich zu LH Cosmetics ein separates Video einmal mache. Aber wir haben auch die hier. Ich packe die jetzt mal kurz zur Seite. Ich möchte jetzt hier mal die Carnival-Palette probieren, weil ich glaube, dass die meisten sich für die interessieren werden. Und ich nehme jetzt einen kleinen fluffigen Pinsel und gehe als erstes in die Farbe Sky. Das ist dieser Ton hier, ein sehr, sehr helles Blau. Geht es hier nochmal lang? Presse mir das hier rein. Eine lustige Geschichte kann ich euch erzählen. Ich war mal vor, das ist schon ein paar Jahre her, auf einer Masterclass von Purish eingeladen mit Stacey Marie. Und sie war selber da und hat uns gezeigt, wie man mit ihren Produkten am besten arbeitet. Und Tatsache hat sich das so bei mir in den Kopf eingebrannt, dass ich das immer noch mache. Also ich habe diese Tipps und Tricks immer noch da. Und ich habe auch mal ein Video dazu gemacht. Vielleicht ist das noch online, dann suche ich euch das nochmal raus. Weil da habe ich danach probiert zu erklären, wie sie gewisse Sachen gemacht hat. Und das hat mir sehr geholfen und vielen von euch damals auch. Die Lidschatten sind phänomenal. Also da brauchen wir nichts sagen. Das ist eine sehr, 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 sehr gute Palette. Ich nehme jetzt einen sauberen Pinsel und gehe ganz leicht in Sky und Reef mit rein. Und blende das jetzt aus. Immer so ein bisschen, dass ich einen schönen, weichen Blend habe. Ich muss sagen, dieser Augenbrauen Concealer hat sehr, 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 sehr gut funktioniert als Lidschatten Primer. Und dann gehe ich ein bisschen in Ecstasy. Und dasse das hier nur so oben rüber für so einen leichten Hauch an Grün. Nur ganz, ganz leicht. Ich will nicht zu viel Grün haben. Einfach, dass wir nochmal so einen kleinen poppigen Farbeffekt haben. Ich gehe jetzt mit einem kleineren Pinsel in die Farbe Mood. Und mische mir wieder Sky ein bisschen rein. Da muss man halt so ein bisschen schauen, weil das ja jetzt nicht so viele Farben von Blau sind, dass man einen schönen Übergang hinkriegt. Das funktioniert aber. Also ihr seid ja mittlerweile echt alles Profis. Ja, geil. Und dann ganz leicht in den Stick, um das noch dunkler zu machen. Und ihr seht, wie intensiv diese Farben auch leuchten. Ja, war eine gute Idee. Ich liebe es. Ich mache das unten gleich alles sauber. Eine Sache, die ich jetzt spontan ausprobieren möchte. Ich hatte eigentlich eine andere Sache davor mit. Das sind diese Blurs. Ihr kennt die ja von Made by Mitchell. Das sind... Ich habe nicht so richtig eine Möglichkeit, eine andere Erklärung zu finden, außer alles in einer Tube. Du kannst sie auf den Lippen. Du kannst sie auf den Augen. Du kannst sie an der Wand. Du kannst alles damit machen. Und der hat sehr, sehr spannende Farben. Ihr kennt meistens diese Highlighter schon. Und die liegen auch immer bei mir hier. Sehr, sehr gute Alternative noch zu Charnet Tilbury. Es gibt aber die Farbe Minted. Und die habe ich persönlich auch selber noch nicht ausprobiert. An den Augen. Und deswegen nehme ich mir jetzt ein bisschen was. Und wenn mir so auf Cut Crease steht oder so, dann könnte das vermutlich recht spannend sein. Ich nehme mir einen flacken Pinsel und tupfe mir die Farbe jetzt mal nur hier rauf, um ja wie so einen helleren Punkt zu haben. Und dann nehme ich... Eigentlich sieht es so auch gar nicht schlecht aus. Aber ich will einen Schimmerton benutzen. Ich nehme jetzt mal hier. Kommt. Die Farbe Starlight. Dieses Lila. Sehr, sehr flaky. Sehr, sehr weich. Und das tupfe ich mir da jetzt mit rauf. Geil. Lieben wir. Ich mache mal unten sauber. Mache mal meine Base. Und dann geht's weiter. Halt, stopp. Nein, nein, nein. Ich brauche euch nochmal. Ich wollte euch was zeigen. Und zwar, wenn ihr eine Foundation habt, die euch zu warm ist. Mit diesen Mint Dingen. Und da habe ich mich gefreut. Könnt ihr eure Foundation ein bisschen kühler machen. Ich mische mir das einfach hier so ein bisschen rein. Ihr braucht auch wirklich nicht viel. Weil das ist halt... Im Prinzip ist es pures Pigment. Und dann passt die Farbe wesentlich besser zu euch. Das ist ganz, ganz, ganz verrückt. Also, wenn es euch interessiert, mache ich mal ein Video zu Farbtheorie. Weil ich glaube, dass man da sehr, sehr viel lernen kann. Auch ich noch. Ich muss mich da noch ein bisschen mehr einlesen. Aber ihr seht, die Farbe ist gleich wesentlich neutraler. Und wenn ihr eine teure Foundation habt, beispielsweise, die euch leider nicht passt. Oder jetzt im Winter vor allen Dingen nicht passt. Dann könnte das eine gute Alternative für euch sein, als sie wegzuwerfen. Oder jetzt ein Jahr zu warten, bis ihr sie wieder benutzen könnt. Weißt du, was ich meine? Also, ihr seht, das funktioniert. Und sie ist jetzt nicht blau, die Foundation. Base ist einmal drauf. Jetzt poppt der Lidschatten natürlich auch nochmal ganz besonders. Ich habe noch eine... Also, ich will euch ein bisschen mehr über diese Blushs erzählen. Ich habe jetzt zwar nur den blauen und den anderen neuen. Ich habe aber die hier. Und die liebe ich über alles. Ich benutze jetzt erstmal die Farbe Darling Peach. Sehr schöner Peach-Ton. Also, ein bisschen kühler, ein bisschen reduzierter. Und ihr seht, das geht halt sehr, sehr schnell, das Produkt aufzubauen. Also, du gibst es einfach nur rauf. Wahnsinnig schöne Farbe. Und hast schon mal so eine Grundfarbe. Und du kannst im Prinzip alles nur mit diesen Blushs machen. Also, ich habe, glaube ich, jetzt sind vier, neun sind drüben. Vier plus neun, dreizehn. Dreizehn verschiedene Blushs habe ich schon. Du kannst sie halt auf den Lippen, auf den Augen, wie gesagt, überall mit benutzen. Aber ich finde, dass sie ein ganz besonderes Finish haben, weil sie sehr subtil sind und sich so ein bisschen selbst setten. Wahnsinnig schöne Farbe. Ich will noch ein bisschen mehr und benutze jetzt die Farbe Pink Links. Das ist ein Glitter-Blush, der so einen oily, wet-skin-Effekt hat. Und noch ein bisschen mehr Farbe hier rauf geben. Boom. Es wird gleich weniger, wenn wir Concealer raufgeben. Aber einfach nur, damit ihr mal die Dimensionen seht. Man kann sehr, sehr viel mitmachen. Pink Links und Champagne Spray sind übrigens auch farblich ein gutes Typ zu dem Charnetilbury Glowgasm in der Farbe Peachgasm. Sehr, 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 sehr gut. Ich mag die ganz gerne. Auf den Lippen, ja, auf den Augen top. Auf den Wangen und im Gesicht einfach phänomenal. Also, da machst du wirklich nichts falsch. Und Made by Middle, das ist halt auch so eine kleine Indie-Brand, ne? Das finde ich ganz süß. Und wir haben eine sehr definierte Base. Ich mache mir jetzt gleich mit den unteren Wimpern Kranz einfach, weil wir jetzt eh schon hier sind gerade und noch ein bisschen Puder dran haben. Und so ist der Lidschatten-Look fertig. Ich muss sagen, ich liebe ihn. Das ist sehr, sehr viel, aber das ist einfach wahnsinnig schön. Ich bin so ein bisschen verrucht, ein bisschen sexy, ein bisschen wild. Nehme ich mir das Puder hier unten einfach ab. Snatched. Es gibt übrigens, das habe ich jetzt vergessen, beziehungsweise da mich nicht mit implementiert, von Zuwarnepalette. Das ist die Hydra Space Palette mit metallischen Farben. Komm, probieren wir aus. Ich gehe jetzt hier in diesen Silberton, ein bisschen nass machen. Da ist auch ein Pinsel mit dabei, die sind immer sehr, sehr gut. Gehe jetzt einfach in diesen Metallic Silberton, um noch ein bisschen mehr Definition hier zu haben. Nur für so einen leichten Cut. Können wir auch noch so ein bisschen was von diesem Blau hier mit reinmischen und hier rüber gehen. Ich liebe den Look heute. Was ist denn los mit mir? Haben wir schon lange nicht mehr gehabt, oder? Ne, Mascara. Ist hier eine von Mesauda Milano, kenne ich gar nicht. Lashes. Ein gebogenes Bürstchen. Mesauda hat tolle Lippenprodukte. Da sehe ich jetzt nicht so viel durch den Lidschatten. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Ich bin verliebt in diesen Lidschatten-Look. Jetzt wird es ein bisschen tricky, weil ich ein paar Lippenprodukte von Nabla habe hier, die ich gerne benutzen wollen würde. Einmal sind das diese Cupid's Holidays Cozy Times. Das sind eigentlich Produkte für die Augen. Ich finde sie aber viel, 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 viel schöner auf den Lippen, weil da ist eine meiner liebsten Farben mit drin. Das ist Brown. Ein sehr, sehr schöner Ton. Es gibt aber auch die Lip Liner von Nabla und da ist eine neue Farbe 1.5, glaube ich. Das ist auch ein sehr nudiges Nude. Ist mir persönlich, oder? Ne, das ist mir heute nichts. Also die Lip Liner von Nabla sind top. Ich habe hier noch einen anderen. Ich suche ihn euch raus, dann seht ihr, wie oft ich ihn benutze. Das ist neu und das ist schon verbraucht. Das ist die Farbe 5. Das ist ein richtig schöner, dunkler Braunton. Und dann gibt es hier noch so einen Lippenstift in der Farbe Eclipse Matt. Ich habe schon lange nicht mehr so einen Look geschminkt. Es tut mir leid, aber manchmal braucht man wieder so ein bisschen Inspiration. Und ich muss sagen, ich liebe die Lidschatten, ich liebe die Lippen. Ich liebe diesen Bronzy, aber nicht zu glossy Look. Dieses sehr verführerische. Wisst ihr, was ich meine? Dieses sehr, ja, es ist so spektakulär. Eine Sache, die es noch gibt, die ich jetzt nicht benutzt habe, weil ich es einfach schon so viele Pinsel habe, ist hier von BH Cosmetics, das Take Me Back to Brazil Pinsel Set. Ein sehr, sehr gutes Set. Ich hatte das damals auch. Es gibt BH Cosmetics bei Purish. Also wenn ihr ein Produkt von BH Cosmetics immer gerne gekauft habt oder immer gerne ausprobieren wolltet, schaut mal bei Purish vorbei. Darauf gilt natürlich auch der Rabatt. Freunde, ich bin begeistert. Ich liebe den Look. Ich liebe den Vibe. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ihr braucht keinen Code. Es gibt keinen Code für dieses Video. Es ist einfach vieles schon reduziert bei Purish. Schaut da also einfach gerne mal vorbei. Ich setze euch aber die Links unten in die Infobox. Also mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es gibt sehr, sehr tolle Produkte. Und wenn man ein bisschen Geld sparen kann, dann macht das natürlich super viel Spaß. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass euch der Look gefällt und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.